Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen zu dieser Sommerakademie im sommerlichen Goldeck. Das angesichts dieses irrsinnig perfekten Wetters, so viele Menschen, bevor das akademische Viertel zu Ende ist, hier in diesem Raum sind und zu dieser Sommerakademie pünktlich gekommen sind, zeigt, dass die Erwartungshaltungen enorm sind. Wir werden uns bemühen, in den nächsten drei Tagen gemeinsam mit euch diese Erwartungen auch zu erfüllen. Mein Name ist Kurt Mayer, ich bin, wie auch die Silvia, hauptberuflicher Organisationsberater, Organisationsentwickler, Gründer und Geschäftsführer der Firma Reflect, nachhaltige Organisationsberatung. Das heißt, ich beschäftige mich in meinem beruflichen Leben auch damit, wie Organisationen und wie Menschen in Organisationen sich verändern, sich entwickeln, in gewissem Sinn könnte man auch sagen, wachsen. Ich bin seit 2006 Mitglied des Bundesvorstands der grünen Bildungswerkstatt und wir haben 208 hier einen Prozess in Gang gesetzt, der damals geheißen hat Klimawandel und soziale Implikationen. Und in diesem Prozess haben wir uns damit beschäftigt, wie so unsere gegenwärtige Wachstums- und Produktionsweise, wie sich die auf die ökologischen Entwicklungen, aber auch auf die sozialen Entwicklungen und in Wechselwirkung dieser beiden Pole auswirkt. Und aus meiner Sicht, oder aus meiner Reflexion auch über diesen Prozess, sind da zwei Argumente, zwei Thesen, zwei Themen, besonders relevant, besonders interessant, die auch so als Einstieg zu dieser Sommerakademie mit dem Titel, mit dem Thema Wachstum oder radikale Wende gut dienlich sein können. Das erste Thema, oder die erste These, beschäftigt sich mit dem Thema Systemgrenzen. Ihr seht da auf dieser Folie zwei Balken, einen kleineren und einen größeren. Und diese Folie soll skizzieren, die Entwicklung des Weltenergiekonsums vom Jahr 2000 in das Jahr 2050 prognostiziert. Stammt aus einer Studie von Madison aus dem Jahr 2000. Und es liegen dem folgenden Annahmen zugrunde. Die Industrieländer reduzieren ihren Energiekonsum von 2000 bis 2050 um minus 30 Prozent. Das zeichnet sich momentan überhaupt noch nicht ab. Aber in dieser Annahme wird in den Industrieländern der Energiekonsum weniger, und zwar minus 30 Prozent. Da wird ein Unterschied auch zwischen Ländern mit hoher Bevölkerungsdichte und Ländern mit niedriger Bevölkerungsdichte, wenn Länder mit niedriger Bevölkerungsdichte immer ein höherer Energieverbrauch ist. Aber das soll eigentlich die Aussage nicht beeinträchtigen. Die zweite Annahme ist, dass die Entwicklungsländer im Jahr 2050 dann den gleichen Pro-Kopf-Energiekonsum haben, wie die Industrieländer der seltenen Bevölkerungsdichte. Und wenn man sich das jetzt anschaut, dann sieht man, dass sich der Balken von knapp über 600 auf Neuer 1.700, 1.730 ungefähr erhöht. Das ist eine 2,8, ein Wachstum des Energieverbrauchs, des Weltenergiekonsums um 280 Prozent oder um 2,8. Thema ist Systemgrenzen. Die Frage ist, wie kann sich das ausgehen? Wie soll sich das ausgehen? Wie gehen wir mit dem um? Die zweite These, oder das zweite Thema, ist so der Zusammenhang von Wachstum und Lebensqualität. Und ihr seht auf dieser Folie zwei Achsen. Das eine ist die vertikale Achse und auf der ist der Human Resource Development Index aufgetragen. Der Human Resource Development Index ist von den United Nations ein entwickelter, gemeinsam mit Wissenschaftlern, wo auch Matthias Sehn dabei war, ein entwickelter Index, um Lebensqualität oder Wohlstand zu messen. Und hat drei Komponenten, die da eingehen. Das erste ist die Lebenserwartung, das zweite ist Bildung oder Ausbildung und das dritte ist Realeinkommen. Und wenn man jetzt, ich versuche das jetzt sozusagen einmal da zu probieren, wenn man jetzt sozusagen eine Bäuerin in der Gegend von Pongsalin Laos eintragen würde, von ihrem Human Resource Development Index, dann wäre die ungefähr hier, bei 0,4. Ja, ungefähr hier. Das heißt ja, ein Human Resource Development Index ist 0,4 und auf dieser Achse, auf der zweiten Achse, ist der CO2-Verbrauch eingetragen. Und zwar in Tonnen pro Kopf pro Jahr. Und wenn man einen Human Resource Development Index von 0,4 hat, dann verbraucht man, naja, wenn man das anschaut, vielleicht 200 Kilo oder 0,2 Tonnen pro Kopf und Jahr. Und die Grundaussage dieser Folie ist, wenn man in Laos, in dieser Gegend, den Human Resource Development Index substanziell verbessern will, also auf 0,8 vielleicht, dann erfordert es ein sehr, ein sehr geringes Mehr an Ressourcen und Energieverbrauch, das er dann wiederum sozusagen in CO2-Emissionen ausdrückt. Das heißt, mit relativ geringem Wachstum, das allerdings notwendig ist, mit relativ geringem Wachstum, mit relativ geringem Mehr an Ressourcen und Energieverbrauch, bedeutet es in dieser Gegend der Welt eine radikale Verbesserung der Lebensqualität, des Wohlstands. Wenn man sich jetzt parallel dazu anschaut, würde man jetzt an den österreichischen Industriemanager hier eintragen, dann wäre der ungefähr bei 0,9, ungefähr hier auf dieser Skala. Der verbraucht schon viel, viel mehr an Emissionen im Jahr. Und die Grundaussage dieser Folie ist, wenn man hier, wenn es einem bereits relativ gut geht, wenn man hier den Human Resource Development Index oder die Lebensqualität noch weiter hinaufschrauben will, dann führt es zu einem ganz substanziellen Mehr an Kohlendioxid-Ausschuss. Das heißt sozusagen, wenn es einem bereits relativ gut geht, oder wenn Gesellschaften relativ gut entwickelt sind, dann kann Wachstum sich nicht mehr einfach im quantitativen Wachstum ausdrücken. Dann geht es bei Wachstum um völlig was anderes. Dann geht es um einen anderen Wachstumsbegriff, dann geht es um die Frage, wie verändern wir eigentlich unsere Produktionsweise, wie verändern wir unseren Konsum, was bedeutet für uns eigentlich wirklich Entwicklung. Weil in diese Richtung, diese Richtung ist nicht beliebig verlängerbar, man ist dann wieder beim Thema Systemgrenzen. Und gleichzeitig sozusagen in vielen Gegenden der Welt befindet man sich hier und mit relativ geringem Mehreinsatz an Ressourcen bedeutet das substanziell ganz was anderes. Und Wachstum heißt hier natürlich ganz was anderes. So, diese zweite These, Wachstum und Lebensqualität, läuft darauf hinaus, Wachstum muss in unterschiedlichen Gegenden der Welt unterschiedliche Bedeutungen haben. Wir sind beim Wachstumsbegriff, das Thema der Gesamtveranstaltung ist Wachstum oder radikale Wende. Ich würde es den Elmar Altvater hier auf die Bühne bitten, der in seinem Input einmal die Spannungsfelder und Widersprüche anknüpfend auch an diesen Thesen und viel erweitern auch noch darlegen wird. Herzlich Willkommen Elmar Altvater. Elmar Altvater war viele Jahre seines Lebens Professor für Politikwissenschaft am Ottosuhr-Institut der Freien Universität Berlin. Er ist Mitglied des wissenschaftlichen Beirats von Attack Deutschland. Er ist auch Mitbegründer oder Gründungsmitglied des Instituts für eine solidarische Moderne. Drüber hinaus Mitglied zahlreicher Politikberatungsprojekte wie zum Beispiel der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestags zum Thema Globalisierung der Weltwirtschaft. Drüber hinaus gefragter internationaler Vortragender, verfasser zahlreicher wissenschaftlicher Artikel, die ich jetzt nicht alle aufzähle. Buchautor, wir kennen insbesondere auch dieses Buch Das Ende des Kapitalismus, wie wir ihn kennen. Auf diesem Tisch hinten liegen auch noch andere Bücher auf. Elmar, ich bitte dich um deinen Input. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank für die Einführung und für die Anmoderation von Silvia und Kurt und auch von meiner Seite natürlich einen wunderschönen Nachmittag und auch einen guten Abend, den wir gemeinsam dann Abendbrot verzehrend verbringen werden, hoffe ich. Und gleich zu dem, was du einführend gesagt hast, ein Mensch aus der vorindustriellen Zeit, also etwa vor 1780, der würde darauf geantwortet haben, meine Güte, deine Sorgen, die möchte ich mal haben beziehungsweise ich möchte sie nicht haben. Denn von Wachstum reden wir heute, wir machen das zu einem großen Thema von einer Sommerakademie, das wäre völlig unvorstellbar gewesen vor 200 Jahren. Wachstum war kein Thema, schlicht und ergreifend. Wachstum, da gab es vielleicht noch nichtmals einen Begriff dafür. Einfach deshalb, weil Wachstum nicht stattfand. In der gesamten Menschheitsgeschichte hat es kaum Wachstum gegeben. Die Wirtschaft stagnierte, die Wirtschaft ging langsam aufwärts, Produktivitätszuwächse gab es fast überhaupt nicht und sie wurden sogar verhindert. Das wissen wir alle, das können wir sogar in den Schulbüchern nachlesen und in sehr vielen Werken, auch in den Technikgeschichten, von denen es ja auch einige ganz Gute gibt, finden wir das. Das Zunftsystem beispielsweise verhinderte Innovationen. Und wenn Innovationen dann doch irgendjemand erfunden hatte, dann wurde derjenige, der sie erfunden hatte, unter Umständen sogar deswegen getötet. Sowohl im Römischen Reich als auch in dem zivilisierten Zentraleuropa. Bei Karl Marx etwa kann man in einer Fußnote über das Schicksal eines Müllers aus Königsberg nachlesen, der in der Ostsee ertränkt wurde, weil er eine Neuerung an der Mühle hervorgebracht hatte, die dazu führte, dass weniger Arbeit notwendig wurde, also die Produktivität gesteigert wurde, Leute freigesetzt worden sind und deswegen wurde er ersäuft, schlicht und ergreifend. Behinderung von Innovationen. Das Zunftwesen hat dafür gesorgt, dass auch nicht die Qualifikationen sich änderten, dass die die Neuerungen brachten, gar keine Chance hatten, da das Gewerbe dann auszuüben. Wachstum also gab es nicht. Um die Jahrtausendwende hat die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die OECD, eine sogenannte Millennium-Studie in Auftrag gegeben und auch herausgebracht, durchgeführt von einem norwegischen berühmten Statistiker Angus Maddison und der hatte gezeigt, durch Extrapolationen nach rückwärts in der gesamten Geschichte seit Christi Geburt, also in den letzten 2000 Jahren, wie hat sich denn die Wirtschaft da eigentlich entwickelt und zwar weltweit. Das ist natürlich irgendwie ein absurdes Verfahren, so etwas machen zu wollen, weil die Menschen ja vor 300, 400 oder gar 2000 Jahren gar nicht in diesen Globalisierungskategorien denken konnten. Eine Weltwirtschaft existierte für sie überhaupt noch nicht und dass sie dann auch noch in Geld dann die Steigerungsraten der Wirtschaft hätten messen wollen, das ist ihnen überhaupt nicht in den Sinn gekommen und dann das noch zu vergleichen und zwar in US-Dollar mit dem Wert von 1990, so macht das nämlich Maddison, das wäre also völlig außerhalb jedes Denkhorizonts gewesen, also eine absurde Geschichte und dennoch kommen da ganz interessante Ergebnisse heraus, die eine gewisse Klausibilität für sich beanspruchen können. Den Wachstum gab es in der gesamten Geschichte in den 2000 Jahren nicht, es begann eigentlich erst mit dem Beginn des 19. Jahrhunderts, Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts, also nach der industriellen Revolution, das Wachstum zum Prinzip wurde und es wurde deshalb zum Prinzip, weil die Produktivität gesteigert werden konnte und warum konnte die Produktivität gesteigert werden? durch eine wunderbare, eilige Dreifaltigkeit, nämlich die europäische Rationalität der Weltbeherrschung, so hat das Max Weber genannt, die zum Zuge gekommen ist, mit der Aufklärung, dann mit der Entstehung einer Geldwirtschaft und einer Verallgemeinerung der Geldwirtschaft, die dann zu einer kapitalistischen Weltwirtschaft wird, wie es die Weltsystemhistoriker und die großen französischen französischen Analhistoriker wie Fernand Rodel herausgearbeitet hatten, nicht eine Weltwirtschaft entsteht mit den großen Entdeckungen seit dem Ende des 15. Jahrhunderts und drittens mit der Nutzung neuer Energien, nämlich der fossilen Energieträger. Die gibt es zwar schon seit Jahrhunderten, vielleicht sogar Jahrtausenden werden sie genutzt, aber sie werden nicht genutzt als die Ursprünge von Arbeitsenergie, um die Arbeitsergebnisse zu steigern und mit der Steigerung der Arbeitsergebnisse Überschüsse zu produzieren und diese Überschüsse, die sind genau das Wachstum, das wir heutzutage wie einen Fetisch anbeten. Je höher die Wachstumsraten, desto erfolgreicher eine Regierung, die sich diese ans Gewehr stecken kann und stolz darauf sein kann und wenn die Wachstumsraten zurückgehen, dann fällt unter Umständen eine ganze Nation in schwere Depressionen. So ist das. Wachstum ist also eine junge Erscheinung. Das muss man sich immer wieder vor Augen führen und deswegen habe ich eben gesagt, deine Sorgen möchte ich haben. Ein Mensch vor 200 Jahren hätte so nicht argumentieren können. Und eine grüne Sommerakademie, nehmen wir mal an, es gab grüne schon damals, ökologisch interessierte Menschen sicherlich, nicht zu diesem Thema wäre eigentlich undenkbar gewesen. Damit wird deutlich, dass wir uns tatsächlich an einer Art Zeitenwende befinden und dass diese Zeitenwende dann auch entsprechend ernst genommen werden muss. Aber eine Zeitenwende, an der wir uns befinden, der ist eine andere Zeitenwende vorausgegangen. Das ist der Übergang zu dieser Wachstumswirtschaft Ende des 18. Jahrhunderts. Die ist aber nur deshalb eine Wachstumswirtschaft, weil sie eine kapitalistische Wachstumswirtschaft ist. Und deswegen dürfen wir, wenn wir vom Wachstum reden, eigentlich niemals vergessen, dass es dabei um kapitalistisches Wachstum geht. Das heißt letztlich um Akkumulation von Kapital. Das heißt, mit anderen Worten, wir dürfen, wenn wir über Wachstum reden, nicht die gesellschaftliche Form vernachlässigen, in der dieses Wachstum stattfindet. Man könnte sich ja vorstellen, dass Wachstum auch in ganz anderen Formen stattfindet. Und das war ja auch im 20. Jahrhundert so. Im Systemwettbewerb zwischen dem real existierenden Sozialismus und dem kapitalistischen Westen, zwischen der freien Welt und der Zentralverwaltungswirtschaft benutzen wir diese Termini, die damals üblich waren, die heute kaum noch jemand kennt. Da stand auch die Wachstumsrate im Zentrum. Je höher die Wachstumsrate, desto erfolgreicher war das System. Aber das Wachstum im real existierenden Sozialismus hat eine ganz andere gesellschaftliche Form als in den kapitalistischen Ländern. Der Antrieb war ein anderer, während es in den real sozialistischen Ländern der Plan war und die Partei, die hinter dem Plan steckte, wo auch die Wachstumsraten planmäßig vorgegeben wurden, die erreicht werden sollten, war es eben in den kapitalistischen Ländern und das Profitmotiv von einzelnen Kapitalisten, die dafür sorgten, dass Überschüsse produziert wurden. Das war nämlich ihr Interesse. Sie konnten dadurch einen hohen, mehr oder weniger hohen Gewinn machen und gesamtgesellschaftlich hat sich das dann eben als Wachstum herausgestellt. Und man darf dabei auch nicht vergessen, dass, wenn man die Form des Wachstums betrachtet, das Wachstum der realsozialistischen Länder zeitweise erfolgreicher war, gemessen an der Höhe der Wachstumsraten, als in den kapitalistischen Ländern des Westens. Erst seit den 80er Jahren hat sich das dann umgekehrt, seit dem, was später als neoliberale Konterrevolution bezeichnet worden ist. Wachstum also ist formgebunden an die gesellschaftliche Form. Und die gesellschaftliche Form überformt sozusagen, überdacht, überwölbt sozusagen das, was mit dem Wachstum auch stattfindet, nämlich Transformation von Stoffen und Energien. Das Klimaproblem entsteht ja bekanntlich dadurch, dass fossile Energieträger verbrannt werden, damit den Wachstumsmotor antreiben der Wirtschaft, antreiben, aber dann eben auch die berühmten Abgase produzieren, die als Klimagase, als Treibhausgase in der Atmosphäre verbleiben und inzwischen die Erdatmosphäre so weit aufgefüllt haben, dass wir mit 393 Parts pro 1.000 Moleküle gerechnet heute umgehen müssen. Das waren noch vorindustriell 280 oder sogar noch weniger Moleküle, CO2-Moleküle in der Erdatmosphäre und die Tendenz ist steigend und an diesen Molekülen pro 1.000 Einheiten Luftmolekülen generell gerechnet, darauf beziehen sich ja auch die klimapolitischen Ziele der internationalen Klimaforschung, die da sagt, mehr als 450 dürfen es niemals werden, denn dann werden wir nicht das Ziel erreichen, das wir unbedingt einhalten müssen, nämlich die Begrenzung des Anstiegs der Erdmitteltemperatur um 2 Grad, das dürfen wir nicht überschreiten. Aber wenn es über 450 ppm geht, dann ist es ziemlich sicher, dass dieser Wert überschritten wird und wir sind inzwischen bei 393 angelangt, also kurz davor. Und das ist das große Problem, es sind Stoff- und Energietransformationen mit Wachstum verbunden in der Natur und es sind mit dem Wachstum natürlich auch gesellschaftliche Veränderungen verbunden. Gehen wir nur mal von dem Energiesystem aus. Wenn das Wachstum herbeigeführt wird, auch die Überschussproduktion im Allgemeinen bezeichnet, mit der Tretmühle mein Beispiel zu geben, dann ist diese Tretmühle wird von Menschen angetrieben. Sie wird getreten. Und welche Menschen sind es, die so etwas machen können? Niemand macht so etwas freiwillig. Also brauche ich dafür Sklaven. Und die Tretmühle ist also mit einer Sklavenhaltergesellschaft verbunden. Und sie ist damit verbunden, dass also Raubzüge begangen werden, Menschen geraubt werden, um sie dann in die Tretmühle zu schicken, um Kriegsgefangene zu versklaven oder auch zu verkaufen an diejenigen, die dann Tretmühlen betreiben. Also eine Sklavenhaltergesellschaft ist mit einer ganz bestimmten Art und Weise von Energieform, Energieträgern und Energiewandlungssystemen verbunden. Und wenn ich von der Tretmühle wegkommen will, dann werde ich auch die gesellschaftlichen Verhältnisse verändern müssen. Dann geht es nämlich von der Sklaverei weg zu einer anderen Gesellschaftsformation. Oder aber, wie es französische Energiewissenschaftler, Sozialwissenschaftler, die sich mit Energiefragen beschäftigt haben, Debir und Hemmery und andere, dargestellt haben, die Windmühle in Holland vor allen Dingen, die war sehr freundlich für demokratische Entscheidungsformen. Denn der Wind kommt und man kann ihn nicht festhalten, man kann ihn nicht in einen Kataster zwingen, man kann nur ihn einfangen und das macht man mit intelligenten Apparaten wie den holländischen Windmühlen, die sich drehen können im Wind und so weiter und so weiter. Das kennen wir alles aus der Geschichte. In Frankreich gab es aber vor allen Dingen Wassermühlen und Wassermühlen sind nun mal an Grundeigentum gebunden. Denn das Wasser ist ein Teil des Grundeigentums von Grundherren, also von feudalen Verhältnissen. In Holland kommt dann eben auch die Demokratie anders zur Geltung als das in Frankreich der Fall ist. In Frankreich war viel länger eine feudale Herrschaft gewährleistet, weil die auf Wassermühlen basierten und erst durch die französische Revolution hat sich dies dann ändern können, aber dann haben sich auch mit dem Heraufkommen der kapitalistischen Industriegesellschaft dann auch die Nutzungsweisen und auch die Quellen von Energie grundlegend geändert. Mit anderen Worten, die gesellschaftlichen Veränderungen sind im Zuge des Wachstums auch dadurch, dass die Quellen der Überschussproduktion, die Energiequellen der Überschussproduktion immer andere werden in der Menschheitsgeschichte. Diese Veränderungen sind also nicht nur in Bezug auf die Natur festzuhalten, das habe ich schon dargestellt, sondern auch in Bezug auf die Gesellschaft. Das müssen wir also unbedingt in Rechnung stellen, wenn wir uns darüber Gedanken machen, was passiert eigentlich, wenn wir von den fossilen Energieträgern jetzt weggehen, wenn wir Erneuerbare ins Zentrum stellen. Kann das mit der gleichen gesellschaftlichen Form geschehen, mit der wir die fossilen Energieträger genutzt haben und all das, was damit verbunden ist, bis hin zum Automobil, geht das so weiter oder muss das nicht grundlegend geändert werden? Welche Transformationen sind also zu denken, welche sind zu denken und wir erschrecken darüber, was wir unterdenken, denn es gefällt uns nicht. Wir sind ja auch gewohnt an die Bequemlichkeiten der Nutzung fossiler Energieträger, an diese hohe Mobilität, an den hohen Raum, den wir in Anspruch nehmen können, viel mehr als unsere Vorfahren als je haben machen können. Die Unabhängigkeit von Jahres- und Tageszeiten, dass wir die Nacht zum Tag machen können mit elektrischem Licht und so weiter und so weiter, das sind doch alles Annehmlichkeiten, wunderbare Annehmlichkeiten und wir würden erschrecken, wenn wir uns Gedanken machen, was passieren muss in der sozialen Gestaltung, wenn wir weggehen müssen von den fossilen Energieträgern oder sie weniger nutzen, als es gegenwärtig der Fall ist und da muss man sich eben dann auch Gedanken darüber machen, wie kann das verträglich gestaltet werden, in einer Art und Weise, dass man dem auch zustimmen kann, dass vielleicht sogar das, was immer als Beschwörungsformel heute kommt, eben auch der Wohlstand erhalten oder sogar gesteigert werden kann, wenn wir auf Wachstum verzichten, Wohlstand statt Wachstum. Aber das setzt einiges voraus und es setzt vor allen Dingen auch ein gewisses Erschrecken voraus über die Konsequenzen, die sich aus einer Änderung des Energiesystems eigentlich ergeben. Aber notwendig ist es, dass wir davon weggehen. Es ist notwendig aufgrund der Tatsache, dass der Peak, also der Höhepunkt der Erzeugung von fossilen Energieträgern, ja man muss vielleicht vorsichtig in Sprung wahrscheinlich erreicht und wahrscheinlich sogar überschritten ist, weil wir es genau nicht wissen. Genau wissen wir es erst dann, wenn es zu spät ist. Aber wahrscheinlich haben wir den Peak erreicht. Und warum ist das so richtig? Der Peak, das ist der Höhepunkt der Förderung von Öl, von Kohle und von anderen Energieträgern und dann geht, also die Förderung ist dann nicht null und so weiter, aber sie kann nicht mehr gesteigert werden. Und das Problem dabei ist, nicht das Geologische, nicht das der Natur, dass alles auf Erden eine Grenze hat, begrenzt ist. Das ist ja die Basis auch der Kant'schen Philosophie. Die begrenzte Kugelfläche des Planeten Erde zwingt uns dazu, eben auch mit dieser begrenzten Kugelfläche eben planmäßig und vorsichtig umzugehen. Und wir brauchen dazu auch moralische Imperative, die Kant ja auch formuliert hat, nämlich die begrenzten Ressourcen so zu nutzen, dass also es nicht auf Kosten anderer geht und auf Kosten der nachfolgenden Generationen. Und dass wir also die Erde möglichst in einem besseren Zustand hinterlassen, als wir sie selbst übernommen haben, das wäre eine abgeleitete Forderung, die sich aus diesem moralischen Imperativ auch ergeben würde. Die Begrenzzeit der Ressourcen ist also eine Tatsache und daraus ergeben sich aber ganz spezifische Schlussfolgerungen und eine dieser Schlussfolgerungen ist die, die Immanuel Kant als kategorischen Imperativ formuliert hat. Aber es kommt noch etwas anderes hinzu, denn alles in der Natur ist nicht nur begrenzt, sondern was in der Natur geschieht, ist auch irreversibel. das einmal verbrannte Erdöl oder die einmal verbrannte Kohle, die ist weg als Kohle, als Erdöl. Sie ist aber noch vorhanden auf Erden, nämlich in Form der Treibhausgase in der Atmosphäre, wo wir sie eigentlich gar nicht haben wollen, aber das ist sozusagen die Irreversibilität, wo also eine hochenergetische Materie, Kohle und Erdöl, in eine nicht mehr als Energieträger nutzbare immer noch Materie, nämlich CO2 verwandelt wird und zwar irreversibel. Reversibel wäre es nur dann, wenn wir sehr viel Energieinput da hineinstecken würden, aber woher sollen wir Energie nehmen, um diese Prozesse, die irreversibel sind, wieder umkehrbar zu machen. Da müssten wir also mehr Energie hineinpumpen, als wir dann als Ergebnis herausholen. Das wäre also absolut irrational. Das geht also alles irgendwie nicht. Und das Zweite, was man aber dabei in Rechnung stellen muss, wenn man sich nämlich die Form dieses Prozesses betrachtet und die gesellschaftliche Bedingtheit dieses Prozesses betrachtet, dann wird man finden, dass in der Gesellschaft allerdings alles reversibel sein muss. In einer kapitalistischen Gesellschaft zumal ist Reversibilität ein Muss. Das kommt schon in der Bezeichnung für Profit zum Ausdruck. Im Englischen, das ist ja sehr viel deutlicher und daher auch genauer als die deutsche Sprache in diesem Fall jedenfalls, heißt Profit ja Returns to Capital. Das ist das, was zum Kapital zurückkehrt. Das heißt, Kapital ist ein reversibler Prozess, wo das Kapital zu sich selbst zurückkehrt und das macht keinen Sinn, es sei denn, dieses, was da zurückkehrt, ist größer als das, was da vorher rausgekommen ist, dass ein Überschuss produziert wird. Returns to Capital, das ist Profit, eine Reversibilität ist vorausgesetzt und in dieser Reversibilität steckt dann auch immer der Profit mit drin und dieser Profit und das Streben nach Profit und vielleicht sogar die Dier, die wir in der Finanzkrise jetzt erlebt haben, nach diesem Profit treibt den ganzen Mechanismus an, ein Mechanismus, der aber, weil Stoffe, Materialiter verbrannt werden, nämlich Öl und Kohle, dann diese irreversiven Prozesse produziert. Ja, was sehen wir daran? Wir sehen daran eigentlich auch, dass es auch heute noch Sinn macht, um solche Prozesse überhaupt begreifen zu wollen in ihrer ganzen Tragweite, vom Doppelcharakter des Produktionsprozesses auszugehen, wie ihn Karl Marx zum Prinzip seiner Studien über das Kapital gemacht hat. Jeder Produktionsprozess hat diese beiden Seiten und die müssen wir im Zusammenhang sehen, diese beiden Seiten, die eine, die irreversible Veränderung der Natur innerhalb des Produktions- und Reproduktionsprozesses, innerhalb des Akkumulationszusammenhangs und auf der anderen Seite die Reversibilität als gesellschaftliche Veranstaltung zur Produktion von Profit. Das gehört zusammen und das muss man zusammen betrachten und man kann jetzt nicht sagen, Grenzen des Wachstums, weil die Natur begrenzt ist, wenn wir diesem Zusammenhang des Doppelcharakters nicht in Rechnung stellen und wir können nicht sagen, das Wachstum interessiert uns überhaupt nicht, Hauptsache, dass es mit der Reversibilität stimmt, das heißt, es wird Profit produziert und wir kümmern uns nicht darum, was mit der Natur und mit der Gesellschaft passiert, wie das die Neoliberalen ja zum Prinzip gemacht haben. Das ist ein ganz großer Fehler, wir müssen den Zusammenhang sehen. Das haben übrigens inzwischen auch eine ganze Reihe von Ökologen eingesehen, nachdem eine ganze Reihe von Ökologen, eine ganze Tradition oder Generation von ökologisch interessierten Leuten diesen Zusammenhang verdrängt hat und einfach Grenzen des Wachstums als eher natürliche Grenzen definiert hat. Auch Meadows und so weiter gehören dazu, bis hin zu Tim Jackson gehört dazu, bis hin zu Benjamin Foster gehört letztendlich auch dazu, obwohl er sehr kritisch an diese ganzen Fragen herangeht. Das hat inzwischen auch ein Ökologe Jason Moore so ziemlich klar herausgearbeitet, wir müssen diesen Zusammenhang sehen, um die richtigen auch politischen Schlussfolgerungen aus der Debatte um die Grenzen des Wachstums dann ziehen zu können. Dies ist ein Widerspruch zwischen der stofflich-energetischen Seite und der Wertseite eines Produktionsprozesses, das innerhalb des Akkumulationszusammenhangs angelegt ist und das also auch zu einem politischen Gegensatz führt. Dieser politische Gegensatz ist kürzlich vor etwa einem halben Jahr in einer Artikelserie, die auch in den Blättern für deutsche und internationale Politik erschienen ist, von Naomi Klein, die Ihnen oder euch allen bekannt ist, die Schocktherapie und No Logo als Bestseller, internationale Bestseller hat sie formuliert und sie ist einfach mal zu Besuch gegangen bei der Tea Party, also bei den Neokonservativen der USA und bei einem dieser Institute und die sich also anheischig machen, den Klimawandel zu leugnen und sie hat sich das mal genauer angeschaut und angehört, vor allen Dingen auch, was da gesagt worden ist und es wurde gesagt, also Klimawandel vergesst es Leute, das gibt es überhaupt nicht und sie haben alle möglichen auch Wissenschaftler gekauft zum Teil, die dann belegen sollten, dass es also den Klimawandel gar nicht gibt und warum wird dieses Verfahren dann überhaupt in Angriff genommen? Klimawandel gibt es nicht, Leugnung des Klimawandels, Leugnung von ökologischen Zusammenhängen, wo 97% also aller Klimawissenschaftler sagen, es gibt diesen Klimawandel, warum das also, denn wenn es Klimawandel gibt, dann muss man ja auch irgendwie daran gehen, die Ursachen zu bekämpfen und wenn diese Ursachen in der gesellschaftlichen Form liegen, im Wachstumsprozess beispielsweise, dann muss man eben an dieses Wachstum und an die Akkumulationsbedingungen des Kapitals heran, da muss man also gesellschaftskritisch und systemverändernd in die ganzen ökonomischen Prozesse eingreifen und wenn man das nicht will, dann leugnet man den Klimawandel, dann kann man so weitermachen wie bisher und genau das ist also auch der Grund für diese Leugnung des Klimawandels bei diesen Leuten, die wollen keine Gesellschaftsveränderung und das ist sozusagen das Prius, das hat die absolute Priorität vor allem anderen zu verhindern, dass solche Gesellschaftsveränderungen stattfinden, dann nur macht man so weiter wie bisher. Das heißt, hier wird eine Alternative aufgemacht, die offensichtlich auch existiert, nämlich entweder wir schützen den Planeten Erde oder aber wir erhalten die Prinzipien des Kapitalismus aufrecht. Wenn wir den Planeten Erde schützen wollen, können wir die Prinzipien des Kapitalismus nicht beibehalten, würden linke Leute sagen. Wir schützen den Kapitalismus, weil wir ihn für sinnvoll, für richtig, für gerecht, für nützlich und so weiter halten und dann müssen wir aber mit der Zerstörung des Planeten Erde weitermachen und da das niemand begründen kann und rechtfertigt kann, leugnen wir einfach, dass durch unser Ton dieser Planet Erde geschädigt würde, dass Klimawandel stattfindet. Mit anderen Worten, die Neokonservativen haben etwas ganz Richtiges begriffen, dass es hier eine Alternative gibt und Naomi Klein sagt und ich stimme dir da voll zu, die Linke weltweit muss eben auch begreifen, dass es diese Alternative gibt, aber dann auch die entsprechenden Schlussfolgerungen ziehen und sagen, wir müssen den Kapitalismus ändern, wenn wir wirklich an die ökologischen Probleme ernsthaft und wirksam herangehen wollen. Das ist eine Notwendigkeit. Wir können uns nicht darum herum reden und sagen, wir machen also das Beste für die Erde, aber wir wollen auch nicht zu sehr an Kapitalismus herumdoktern. Der ist ja doch eine ganz vernünftige Organisationsreise des Wirtschaftens. Machen wir da so weiter, machen wir den Kapitalismus im Grün oder wie auch immer oder sagen wir jetzt zum Wachstum im grünes Wachstum. Das ist ja auch innerhalb der grünen Bewegung weltweit, vielleicht in Deutschland noch mehr als in Österreich eine Schlussfolgerung, die aber, wenn man das ernst nimmt, was Nemi Klein gesagt hat, nicht ganz unproblematisch ist. Ja, Wachstum. Was ist eigentlich Wachstum? Wachstum könnte man sagen, ist eine Beschleunigung in der Zeit. und diese Beschleunigung findet statt, weil Energieträger genutzt werden können, die diese Beschleunigung überhaupt zulassen und produzieren. Deswegen der Übergang zu einer Wachstumswirtschaft mit den fossilen Energieträgern, die natürlich ganz was anderes ermöglichen, ganz andere Tempi ermöglichen, als es die Muskelkraft in der Tretmühle oder aber die Kraft von Tieren, von Pferden und so weiter noch gebracht haben. Die fossilen Energieträger erst machen dieses Wachstum möglich, diese Beschleunigung möglich. Und Beschleunigung ist deshalb wichtig, weil man dann eben in der gleichen Zeiteinheit mehr durch die Pipeline muss man so auszudrücken. Dankeschön. Dass man in der gleichen Zeit mehr durch die Pipeline jagen kann oder aber die Zeit, wenn man die gleiche Menge transportieren will, dann eben die Zeit zusammenstaufen, komprimieren kann. Wachstum ist nichts als Beschleunigung in der Zeit. Und da wir aber, wenn wir von der Zeit reden, auch immer vom Raum reden müssen, müssen wir hinzufügen, Wachstum ist auch nichts anderes als Distanzen in immer kürzerer Zeit überwunden, das gehört zum Wachstum auch unbedingt dazu. Und das ist genau das, was uns auch die Globalisierung, ich will jetzt nicht weiter darauf eingehen, beschert hat, nämlich eine Weltwirtschaft und eine vor allen Dingen auch wachsende Weltwirtschaft. Und dann stellt sich natürlich die Frage, das ist also auf der einen Seite nur möglich mit den fossilen Energieträgern. Völlig klar, dass die die Grundlage dafür sind, sozusagen, um es in der Computersprache auszudrücken, die Hardware für die Funktionsweise des ganzen Systems, der Beschleunigung und der Expansion. Aber die Hardware funktioniert natürlich nur auch in der Gesellschaft, wie der Computer, auch wenn da eine entsprechende Software installiert ist. Und die Software des Wachstums, das ist die Produktion von Überschüssen, von Werten, von Verwertung, von Renditen, die auf den Finanzmärkten gebildet werden. Und je höher dann diese Renditen auch auf den Finanzmärkten gejagt werden, desto höher dann auch die der Zwang, die Wachstumsraten zu steigern. Das heißt, die Software führt dazu, dass das Wachstum größer wird, solange es die Hardware hergibt. Aber die Hardware wird dem dann auch angepasst, indem man also das Erdöl, das zu dieser Hardware unmittelbar dazugehört, dann eben aus allen Teilen der Welt herbeiführt, wenn es dann in Gegenden, wo es bislang gefördert wurde, aber langsam ausgeht, nach dem Peak, dann eben ersetzt werden kann. So kommt es, dass also die ganze Welt nicht nur mit Erdöl Bohrstellen überzogen wird, sondern diese auch mit Pipelines verknüpft wird, sodass ein ganzes weltwirtschaftliches Energiesystem entsteht als Hardware dieser Entwicklung, die eine spezifische Software benötigt und auch hervorbringt, nämlich die international operierenden Finanzmärkte. Und nun erleben wir aber, und deswegen befinden wir uns sozusagen auch nicht nur am Peak der Entwicklung der fossilen Energieträger, sondern auch an einem Bruchpunkt der gesamtwirtschaftlichen und gesamtgesellschaftlichen Entwicklung, nun erleben wir, dass erstens diese Software in eine ganz schwere Krise geraten ist, sozusagen zu einem Systemzusammenbruch oder fast Zusammenbruch des Systems und das ist die Finanzkrise. Die Finanzkrise, die auch eine ganz eigenständige Dynamik erlebt hat und hervorgebracht hat. Eine Dynamik, die dazu geführt hat, dass ein relativ harmloses Ereignis, nämlich die Pleite von Subprime Hypotheten Schuldnern in den USA, damit begann ja die Finanzkrise 2007, 2008, dazu geführt hat, dass einige, zunächst einige, Banken da in Mitteleidenschaft gezogen worden sind, das war die Pleite von Lehman Brothers im September 2008, dann immer mehr Banken mit in den Strudel hineingerissen worden sind, als klar wurde, dass aus diesen faulen Krediten für die Hypothekenschuldner dann eben komplexe Wertpapiere konstruiert worden sind, die CDOs und wie sie alle heißen und diese nicht mehr den Wert darstellten und bringen konnten, der in den Büchern noch stand, sodass riesige Abschreibungen notwendig waren und das ganze Banksystem auf einmal in die Krise geraten ist und dieses nur gerettet werden konnte, weil dann öffentliche Gelder in die Banken gepumpt worden ist und nun die Bankenkrise, die aus der Hypothekenkrise hervorgegangen ist, nun zu einer Staatsschuldenkrise wurde und als Staatsschuldenkrise sind immer auch die Währungen dieser Staaten betroffen, wurden dann Währungskrisen daraus und um dann diese Staatsschuldenkrise und Währungskrise etwa im europäischen Raum zu bewältigen, wurden dann diese Austeritätsprogramme aufgelegt, die also inzwischen das gesamte System der europäischen Integration in den Orkus reißen und wir wissen noch nicht, was daraus werden wird. Die Software also in eine schwere Krise geraten, aus der bislang überhaupt kein Ausweg zu sehen ist. Das gleiche gilt aber auch für die Hardware. Auch die Hardware ist in einer solchen Krise, vor allen Dingen wegen der natürlichen Grenzen, die sich als Peak und Peak Oil und so weiter eben auswirken. Und dann geht es einfach nicht mehr weiter mit der Nutzung der Energieträger wie in der Vergangenheit und die Software funktioniert nicht, sodass wir es auf einmal mit einer sogenannten multiplen Systemkrise zu tun haben und dieser Begriff wird ja weit verwendet in Österreich vor allen Dingen auch von Uli Brandt von der Universität in Wien, der darüber ja auch einiges geschrieben hat, was ja sehr lesenswert darstellt. Dann stellt sich jetzt inzwischen natürlich die Frage, wie kann man aus diesem Schlamassel dann auch irgendwie heraus in das dieser Doppelcharakter des Wirtschaftens und die Wachstumsgesellschaft geraten sind. Wie kommt man da heraus? Die Frage ist vollkommen klar zu beantworten. Wir müssen die Finanzmärkte restrukturieren. Das bedeutet, dass also die Banken zum Teil sogar zerschlagen werden. Dass sie auf jeden Fall kleiner werden. Dass also diese große Rolle, die bislang gespielt worden ist, das große Rad gedreht worden ist, dass das nicht mehr möglich ist. Das ist eine Notwendigkeit, die aber nicht ausreichend ist. Denn wir müssen auch an die Hardware heran. Wir müssen also der Tatsache der Begrenzzeit der Energieträger Rechnung tragen. Aber wie macht man das? Durch eine Green Economy, durch Green Growth basierend auf den erneuerbaren Energieträgern und nicht mehr auf den fossilen Energieträgern? Oder macht man das mit einem Trick 17, wie er von Ralf Fuchs, von den Grünen, in Deutschland beispielsweise, auch vertreten wird? Wir sind zwar an den Grenzen des Wachstums angelangt, aber wir entziehen uns den Zwängen, die sich daraus ergeben, dadurch, dass wir die Grenzen wachsen lassen. Tatsächlich ist das ja auch eine Linie, die auch von den Regierungschefs der Europäischen Union verfolgt wird. Wir pumpen 60 Milliarden, so ist es ja beschlossen worden, auf dem Gipfel vom Juni dieses Jahres. Wir pumpen 60 Milliarden grüne Investitionen in die Wirtschaft, kurbeln die Wirtschaft auf diese Weise an und gleichzeitig haben wir etwas Grünes vorzuweisen. wir lassen also die Grenzen wachsen. Und es gibt natürlich keinen Kapitalisten, der nicht sich die Fördermittel entgehen lassen würde, wenn es den Grünen draufsteht, auch wenn er kein Grüner ist. Es geht um Gewinn, wenn der gemacht werden kann, wird man selbstverständlich auch grüne Investitionen durchführen, da wird also niemand Nein sagen können und auch Nein sagen wollen. Also grünes Wachstum als Ausweg das ist allerdings auch eine sehr vordergründige und nicht sehr weitführende Lösung des Problems. Letztlich glaube ich müssen wir das, was da von Nemi Klein bei den Neokonservativen abgeguckt worden ist, also doch ernst nehmen. Die Alternative Planet oder Kapitalismus steht tatsächlich an. Und wenn wir den Planeten retten wollen, müssen wir am Kapitalismus auch drehen, müssen wir am Kapitalismus etwas ändern. Natürlich kann man jetzt nicht sagen, und das fand ich sehr wichtig, was Andreas Novi hier auch eingeführt hat, natürlich kann man jetzt nicht einfach sagen, hierher haben wir den Kapitalismus und von jetzt an haben wir dann einen neuen Sozialismus oder irgendeine andere Gesellschaftsformation mit anderem Namen, es sei dahingestellt, sondern wir müssen an diese Übergänge natürlich denken. Wir befinden uns eigentlich permanent im Übergang und wir wissen es vielleicht noch gar nicht, an welchem Punkt eines Übergangs wohin wir uns eigentlich befinden und wir müssen nur die Ideen entwickeln, in die die Entwicklung gehen sollte und in die sie vielleicht auch nur gehen kann, weil bestimmte Wege, die bislang offen waren, inzwischen auch geschlossen sein dürften. Und wenn das so ist, dann werden wir eben auch immer weiter diese Übergänge gestalten müssen, auch sie verändern müssen, so wie das Programm dieser Tagung immer wieder verändert worden ist, sozusagen in einem rollenden Prozess, wo es keinen Anfang, ja einen Anfang gibt es irgendwann, aber wo dann das Ende dann ist, wenn die Tagung vorbei ist und so ist es dann auch vielleicht bei diesem Übergang, der irgendwann natürlich anfängt, mit einer bestimmten Perspektive versehen, mit einem bestimmten Programm, das sich aber auch ändert in der Zeit und auch durch diejenigen, die dann dazukommen, mit ihren Wünschen, mit ihren Perspektiven, mit ihren Utopien, mit ihren Hoffnungen und das sind hier dann auch immer neue Generationen. Und so ist es denn auch, wenn man jetzt zurückblickt, wer hat vor 30 Jahren, sagen wir mal, von Genossenschaften etwa geredet? Kaum jemand. Das war gerade kurz, in Deutschland jedenfalls, kurz nach der großen Pleite und dem Skandal der neuen Heimatgenossenschaft, in die die Gewerkschaften hineingezogen worden sind. In Österreich hat es ähnliche Skandale mit den gewerkschaftlichen Genossenschaften gegeben, wie in Deutschland. Keiner wollte mehr etwas von Genossenschaften wissen und heute hat sich das grundlegend geändert. 2011 war das Jahr der Genossenschaften auf UNO-Ebene, ausgerufen von Ban Ki-moon und 800 Millionen Menschen weltweit arbeiten in der einen oder anderen Weise in Genossenschaften. Da wird also auch etwas Neues ganz offensichtlich versucht. in Argentinien nach der Krise 2001 sind ganz viele Genossenschaften gebildet worden, gerade auch mit staatlicher Unterstützung, weil etwas anderes zum Überleben auch kaum möglich war und das hat sich als relativ erfolgreich herausgestellt. Es gibt die Bewegung für eine solidarische Ökonomie, nicht nur in Lateinamerika, sondern auch in Europa spielt sie eine große Rolle vor drei oder zwei Jahren, hatten wir in Berlin einen großen Kongress über die solidarische Ökonomie, an dem mehrere tausend Leute teilgenommen haben. Also das Interesse ist da, auch die Perspektiven, die da entwickelt werden, sind da und sie spielen eine Rolle in den politischen Diskursen. Es wird sogar von einem grünen Sozialismus inzwischen wieder geredet und auch in diese Richtung Gehen Überlegungen. Was ich damit sagen will, ist, dass Übergänge bereits in Angriff genommen werden, dass sie unterschiedliche Bedeutung haben, dass sie nicht nur Nischenprojekte sind, sondern weit auch darüber hinaus reichen, weil auch bestimmte Möglichkeiten gar nicht mehr gegeben sind, mit denen misslang immer Krisen überwunden wurden. Krisen der Hardware oder Krisen der Software. Das ist also das Neue, das also auch hervorkommt, wo die Gefahr am größten ist, da wächst das Rettende auch. So hat es etwa Friedrich Hölderlin ausgedrückt. Ich glaube, daran sollte man sich auch heute wieder halten. Das Wachstum und die Wachstumsgesellschaft haben uns sehr viele Probleme eingebracht, das wissen wir alle, darüber wird weltweit geredet. Wir müssen aber gleichzeitig eine Rechnung stellen und das immer beachten. Diese Probleme sind zum großen Teil formspezifische Probleme, weil Wachstum eben kapitalistische Beschleunigung und kapitalistische Expansion im Raum darstellen. Also müssen wir über den Kapitalismus reden und über Änderungen an diesem Kapitalismus, um aus der Problematik, in der wir uns befinden und wie wir die kommenden Generationen stürzen, wenn wir jetzt nicht schnell etwas verändern, müssen wir also auf diese Weise versuchen herauszukommen. Also vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir haben ja hoffentlich dann auch genügend Stoff zur Diskussion. Ja, vielen Dank Emma Altvater für diesen spannenden Input. Ich denke, in diesem Input waren eine Menge Aussagen und Thesen, die jetzt vielleicht noch nachwirken, die beschäftigen, wie auch da drängend diskutiert zu werden. Wir würden jetzt den Vorschlag machen, mir ist zum Beispiel erinnerlich, dass Sie im Vortrag noch so Sachen wie Banken zerschlagen, Krieg 17, Green Growth ist nicht die Lösung, grüner Sozialismus, es geht um den Kapitalismus, wozu wenig ist. Wir würden euch vorschlagen, jetzt, weil es auch darum gehen soll, hier einen Austausch stattfinden zu lassen, euch ja auch wechselseitig das zur Verfügung zu stellen, was da in euch vorgeht, jetzt an den Tischen das kurz nachzubesprechen, so entlang dieser Fragen, was beschäftigt mich denn jetzt so an diesem Input, was geht da in mir vor, was möchte ich da diskutieren. Eine Viertelstunde Zeit, wir würden dann von einigen Tischen, nämlich von jenen Tischen, die unbedingt etwas hier melden wollen oder sagen wollen oder Rückmeldung geben wollen, von jenen Tischen das Absammeln, wo es möglich ist, drei, vier, fünf Tische. Es ist nicht möglich, dass wir dann von allen Tischen die Rückmeldungen absammeln, außer drei, vier, fünf Tische so als Blitzlicht in das Plenum werden wir zu übergeben. Ja, insofern 15 Minuten ist Zeit und wir würden euch bitten, da in dieser Weise nachzudiskutieren. Ja, okay. Also bei uns hat sich eine ganz zentrale Frage aufgetan, die quasi ein bisschen ausgeklammert worden ist in dem Vortrag, nämlich schon gleich eingangs mit diesem Vergleich, vor 200 Jahren hat es Wachstum in der Form, wirtschaftliches Wachstum in der Form gegeben, aber andere Form von Wachstum, die es damals aber auch nicht in der Form und in der Geschwindigkeit gegeben hat, das Bevölkerungswachstum und die Frage ist, inwieweit korreliert es, inwieweit hängt es zusammen und wie bewältigen wir die Frage ein gutes Leben für alle in einer Situation, wo zum Beispiel Lebensmittelproduktion schwer ohne industrielle Lebensmittelproduktion, also nachhaltig und ohne diese kapitalistische Produktionsweise möglich ist, wenn man diesen Studien, die es dazu gibt, Glauben schenken darf, kann. Okay, danke schön. Hier eine Wortmeldung. Wir haben sehr gut folgen können diesem Doppelcharakter des Produktionsprozesses im Kapitalismus und auch der Software und der Hardware. Die Frage, die mir offen geblieben ist und die wir diskutiert haben, ist, verstanden haben wir neue Unternehmensformen, Genossenschaft, vielleicht auch Stiftungsrecht, solidarische Ökonomie, Gemeinwohlökonomie. Aber der zweite Zähmung des Kapitalismus in Begrenzen durch Vermögen, durch höhere Steuern weniger attraktiv zu machen, Gewinne zu machen, weil es nur gefallen, die Finanzmärkte reduzieren, bist du schon dafür, diese Doppelstrategie zu fahren, neue Formen entwickeln und erwagt, den Kapitalismus zu zähmen, zu regulieren. Dankeschön. Nächste Frage war ich hier. Und wie, wie, fragt die Kollegin. Wie zu zähmen. Wie, okay. Also ob überhaupt und wie. Ja, unsere Frage betrifft die grundsätzliche Reformierbarkeitssysteme der gesellschaftlichen Systeme unter Anführungszeichen von innen, auch hinsichtlich der Gestaltung der menschlichen Natur, die vielleicht sich leichter tut, 2000 Tote wegzuräumen als einen Damm zu bauen. Und daher ist die Frage, braucht es, braucht der Wandel den Crash, den totalen Crash, der eine Neustadt ermöglicht in diesem Jahr. Okay. Ich habe jetzt noch den Günther und den Günther Hagamadun und den Hans Arsenowitsch und würde dann gern noch mit Freude eine Frau dran nehmen, wenn sich noch eine blendet. Sowas, was mich erstaunt hat, war, dass du immer davon gesprochen hast, den Kapitalismus zu verändern. Es ist nie angeklungen, die Frage, ob es notwendig sein könnte, zu versuchen, den Kapitalismus durch ein anderes System zu ersetzen. Wobei sich ja die Frage stellt, wo fang Kapitalismus an, wo fangt er, wo hört er auf? Weil es schon klar ist, dass es sozusagen Kapital braucht, damit Produktionsprozesse in Betrieb genommen werden können. und so als ein Element ist uns erschienen, dass es sowas geben muss in einer vielleicht Postwachstumsekonomie, dass Menschen ein Auskommen haben und dass sie einfach sich in der Gesellschaft mit ihrem Tun verwirklichen können und wie man das löst, das ist im Raum stehen geblieben. Okay. Hans? Sie sagten, dass Genossenschaften an Bedeutung gewinnen würden in nächster Zeit. Also in Österreich sind wir da schon einen Schritt weiter, wir haben von einer Genossenschaft regiert. Meine konkrete tagespolitische Frage ist, die österreichischen Grünen haben vor kurzem dem europäischen Stabilitätsmechanismus zugestimmt. War das aus Ihrer Sicht die richtige Entscheidung? Okay, mal schauen, ob das im Rahmen Platz hat, wenn nicht, dann könnte es das vielleicht doch morgen im Workshop noch diskutieren. Ich habe jetzt noch die Magda und die Christine und dann würde ich sozusagen die Runde beenden. Ja, bei uns war das eine, das Individuelle würde bedeuten eine neue Bescheidenheit, sozusagen die Konklusion, die wir gehört haben, aber das zweite, natürlich viel spannendere wäre, wer, wer schafft es, die Banken Macht zu reduzieren und die Konzerne wieder auf ein, auf ein kleineres Maß zu zersplittern, so dass wir dann regionale Genossenschaften hätten. Jetzt falle ich mal spontan, die internationale eines rettet uns, kein Kaiser, kein Tribut, aber das, wir befinden uns ja aktuell in einer Situation, wo wir am besten alles gleichzeitig machen sollten, obwohl wir gerne jetzt bremsen würden und ich denke, also ich habe dann keiner Flassbeck als Ökonom dazu gehört, wie er Attac dafür kritisiert hat, dass er gesagt hat, Attac macht sich gerne Gedanken, wo wir letzten Endes hinwollen, aber er macht sich wenig Gedanken oder keiner, wie dieser Spur wechselt von der Lok, die jetzt fahren sollte, in diese andere Spur kommt und welche Ansätze, wenn überhaupt Sie das als notwendig empfinden, da hinzuschauen, welche Ansätze würden Sie da als wesentlich passieren? Ja, vielen Dank, ihr habt sozusagen ziemlich viele Fragen aufgemacht, die uns auch durch diese Tage begleiten werden und politisch vermutlich darüber hinaus. Der Elmer hat jetzt die Herausforderung in zehn Minuten sozusagen zu versuchen, so das ein bisschen zu runden, ein bisschen Entlastung ist, es gibt ja morgen auch noch andere Referate und Diskussionen und es gibt auch morgen am Nachmittag Workshops, die sozusagen unterschiedlicher Art und auch der Elmer wird einen machen, da auch nochmal Möglichkeit bieten, also sozusagen, um da ein bisschen auch den Druck rauszunehmen, dass alles jetzt detailliert und umfassend beantwortet werden muss, aber natürlich freuen wir uns schon. Ja, danke, danke für die Arbeitsaufträge, die in den Fragen beziehungsweise Kommentaren drin enthalten waren. Das ist sozusagen das Programm für eine nächste Winterakademie, wie auch immer, aber nicht nur drei Tage, sondern braucht man mehr dafür. Ich versuche mal kurz auf diese vielen Punkte einzugehen. Der erste Punkt war Bevölkerungswachstum. Ich habe darüber nicht gesprochen, weil dies nicht nur ein sehr kniffliger Punkt ist, sondern weil er auch sehr ideologisch besetzt und daher sehr kontrovers ist. Und wenn man sich in der Geschichte umschaut, dann findet man, dass natürlich Wachstum vor der Industriellen Revolution von der Zunahme der Bevölkerung abhängig war. Und die Zunahme der Bevölkerung, das war sozusagen auch die Grenze der Wachstumsrate. Und deswegen ist die Wirtschaft, das habe ich ja gesagt nach den Aussagen von Angus Matheson, den Statistiker, den ich erwähnt habe, von Christi Geburt bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts um 0,2 Prozent im Durchschnitt gewachsen. Das heißt fast gar nicht. Und das lag natürlich daran, dass kein Produktivitätswachstum stattfand und die Bevölkerungszunahme, die es gab, dann natürlich auch versorgt werden musste, also ein geringes Wachstum war dann da, aber das war an die Bevölkerung gebunden. Und das hat sich eben verändert mit der Industriellen Revolution. Da war auf einmal Wachstum unabhängig von der Bevölkerungszunahme und die Bevölkerungszunahme konnte sogar negative Wirkungen auf das Wachstum ausüben. Einfach deshalb, weil durch Produktivitätszunahme auch Leute freigesetzt wurden. Im 19. Jahrhundert sind in Europa über 50 Millionen Menschen nicht nur freigesetzt worden, sondern sie sind zur Emigration gezwungen worden. Das sind die Auswanderer, die dann Nordamerika und auch Teile Teilamerikas, Australien und so weiter bevölkert haben, Siedlungskolonien gegründet haben. Das war eine Folge dieses Überflüssigmachens von Bevölkerung. David Ricardo hat in seiner berühmten Schrift von 1817 nicht von der Produktion von Redundant Population, von Überflussbevölkerung gesprochen, im Wachstumsprozess wegen der Tatsache, dass dieses Wachstum durch Produktivitätssteigerungen zustande gekommen ist und nicht durch die Zunahme der Arbeitskräfte Zahl wie in den ganzen Jahrhunderten zuvor. Das heißt, das war eine Revolution Ende des 18. Jahrhunderts, Anfang des 19. Jahrhunderts, die wir heute als solche vielleicht noch begreifen können, die aber die Zeitgenossen als solche gar nicht gesehen haben. Wenn wir heute vom Bevölkerungswachstum reden, dann häufig in sehr ideologischer Art und Weise. Erstens gibt es keine Gebiete mehr, wo die überflüssige Bevölkerung so Siedlungskolonien, wie das die Europäer gemacht haben, in Nordamerika gründen könnten. Die Leute, die aus Afrika und sonst wo nach Europa wollen, die landen dann im Massengrab Mittelmeer. Das darf man nicht vergessen. Dieser Begriff das Mittelmeer als Massengrab, der stammt von dem Journalisten Heribert Prantl von der Süddeutschen Zeitung, nicht von mir. Aber das ist das, was wir dann erleben. Nicht Überflussbevölkerung, die nicht mehr abgeführt werden kann, sondern die also abgegrenzt und zurückgedrängt wird und dabei gibt es dann eben auch diese schrecklichen Unfälle, sage ich mal ganz vorsichtig, um hier niemandem nahe zu treten. Nicht, aber wie gesagt, das Mittelmeer ist inzwischen ein Massengrab geworden. Es kommt noch etwas anderes hinzu. Wir haben es mit einer Nahrungskrise zu tun und eine zusätzliche Bevölkerung muss natürlich ernährt werden und wenn sie denn in den Produktionsprozess integriert werden soll und profitabel produzieren soll, muss sie billig ernährt werden. Und das war auch alles möglich in den letzten Jahrhunderten für Teile der Menschheit und auch in den letzten Jahrzehnten für Teile der Menschheit für die reichen Länder. Das war nicht möglich für viele andere Gesellschaften, wo es immer auch Hunger gegeben hat. Aber das hat andere Ursachen als Bevölkerungszunahme. Da kommen noch die Ungleichheiten, die mit der kapitalistischen Weltwirtschaft verbunden sind, hinzu. Und noch ein letztes Argument, wenn wir über Bevölkerungswachstum reden und wenn dann eben auch von Überbevölkerung oder von der Bevölkerungsexplosion oder der Bevölkerungsbombe da noch die Rede ist, dann sollte man sich an die Statistiken mal halten, das Global Footprint Network, die da besagen, dass der Verbrauch von Ressourcen eines durchschnittlichen Europäers oder Nordamerikaners das Vielfache dessen beträgt, was ein durchschnittlicher Afrikaner an Ressourcen verbraucht oder jemand in China oder in Bangladesch oder sonst wo auf der Erde. Das heißt, wir müssen das immer mit dem Ressourcenverbrauch, mit der Lebensweise, mit Lebensstilen, Produktionsweise und so weiter in Verbindung bringen und nicht jetzt Bevölkerungswachstum als so ein ideologisches Problem sehen, mit dem wir also die Zunahme der Bevölkerung in Ländern der dritten Welt meinen, verhindern zu können oder verhindern zu müssen. Die nächste Frage oder Bemerkung betraf die Finanzmärkte. Nicht natürlich, ich stimme vollkommen zu, was Hans Holzinger gesagt hat. Die Begrenzung der Finanzmärkte ist eine Notwendigkeit aus dieser Software, das ist natürlich eine Alliteration, Software und Hardware, um etwas zu verdeutlichen, aber analytisch sagen diese Begriffe eigentlich relativ wenig, aber eine Begrenzung der Finanzmärkte besteht natürlich darin, dass man die Zufuhr von liquidem Kapital auf die Finanzmärkte begrenzt, indem man es wegsteuert oder eine Vermögensabgabe erhebt. Denn wir müssen auch immer sehen, das ist ja die Verrücktheit, auch in der gegenwärtigen Diskussion, wir sagen immer, die Griechen mit ihren Schulden und so weiter, die müssen ihre Schulden abbauen, aber Schulden sind nur möglich, weil irgendwo anders in der Welt hohe Vermögen sind. Wenn ich also Schulden reduziere, muss ich irgendwo auch die Vermögen reduzieren. Das ist einfach eine reine bilanztechnische Notwendigkeit. Niemand will sich aber die Vermögen reduzieren lassen, aber alle wollen die Schulden reduzieren. Das ist eine reine Verrücktheit. Das funktioniert nicht, kann gar nicht funktionieren und auf diese Weise wird nur die Krise verlängert. Also brauchen wir, um den Griechen also auch die Schulden streichen zu können, eine Vermögenssteuer in den reichen Ländern, also zum Beispiel in der Europäischen Union. Aber die Europäischen Unionsländer haben gerade um die Jahrhundertwende herum, so 1999, 2000, überall ihre Vermögenssteuern beseitigt, in Deutschland zumindest, unter einer rot-grünen Regierung, wohlgemerkt. Und das war einer der größten Fehler, den die rot-grüne Regierung in Deutschland begangen hat, die Vermögensteuer abzuschaffen, denn das war eine der Grundlagen dafür, dass sich also diese wahnwitzigen liquiden Vermögen, die nur herum spekulieren können, man kann sie nicht konsumieren, man kann sie nicht investieren, man kann nur damit spekulieren, dass man also damit die Spekulationswelle also angeheizt hat, also die Software versaut hat, die den Kapitalismus vielleicht sonst in einigermaßen vernünftigen Bahnen hätte lenken können. Dann war noch aufgeworfen die Frage, wer kann eigentlich die Bankenmacht reduzieren? Also erstens muss man sehen, dass es immer so Protagonisten gibt, so die Pioniere, die Regulation der Finanzmärkte schon immer vorgeschlagen haben und dazu gehört zum Beispiel auch Attack. Das angeknüpft an der Torbindsteuer Debatte, Regulierung der Finanzmärkte, Vermögensabgabe und dergleichen mehr und inzwischen ist das ja auch übernommen worden von den konservativen Politikern, weil einfach klar ist, das Bankensystem ohne eine solche Regulierung gar nicht mehr funktionieren kann und die Forderung nach der Zerschlagung von großen Banken kommt ja von Bankern selbst, Herr Soros beispielsweise stellt diese Forderung, weil nämlich die großen Banken einfach ein riesiges Systemrisiko darstellt und wenn dieses Systemrisiko eben dann eintritt, der Fall, der Risikofall eintritt, dann ist das schädlich für alle Beteiligten auf dem Markt und da diese Spekulanten auch beteiligt auf dem Markt sind, sind sie eben auch zu dagegen, dass sich diese Systemrisiken auswachsen können, also muss man die Banken auf eine vernünftige Größenordnung zurückstutzen und muss man vor allen Dingen auch bestimmte Geschäfte dann verbieten, auch bestimmte Instrumente verbieten, die alle in den vergangenen Jahren der Deregulierung und Liberalisierung entwickelt worden sind, um das Rendite machen so auf die Spitze zu treiben. Also insofern hat man da inzwischen auch Bündnispartner, wo man sie vor zehn Jahren noch gar nicht hat vermuten können. Das nächste Problem, was angesprochen worden ist, ist ein ganz grundsätzliches. Soll man den Kapitalismus nur ändern oder soll man ihn nicht vielleicht auch ersetzen? Und ich hatte ja gesagt, wir befinden uns in einem Transformationsprozess und den müssen wir als solchen auch organisieren. Und es ist nie so, dass wir uns außerhalb dieses Transformationsprozesses, in dem wir uns immer drin befinden und in dem wir mitgestalten, ob wir das bewusst tun oder nicht, dass wir uns außerhalb dieses Transformationsprozesses stellen und sagen, ja den Kapitalismus ändern wir jetzt aber irgendwann, dann schaffen wir ihn ab und schaffen was ganz Neues dann stattdessen. Man kann nicht zum Shopping gehen und sich die gesellschaftlichen Systeme dann aus dem Supermarkt heraussuchen, aus dem Regal und dann zu Hause oder vielleicht sogar gesellschaftlich ganz weit zu realisieren. Es ist immer das Ergebnis von Transformationsprozessen und in diesen Transformationsprozessen Ergebnis von harten politischen gesellschaftlichen Auseinandersetzungen. Früher wurde dazu auch Klassenkampf gesagt. Ich habe jetzt diesen Begriff nicht benutzt, weil das schwierig ist mit den Klassen und so weiter, aber harte politische und gesellschaftliche Auseinandersetzungen sind es auf jeden Fall, in denen solche Transformationen dann durchgeführt werden. Und nur durch Änderung dieses Kapitalismus, von dem wir ausgehen, wir leben da drin, wir können nicht sagen, wir leben nicht da drin, nur von Änderungen dieses Kapitalismus kann man dann auch darauf kommen, dass da etwas anderes draus wird, wie wir es dann nennen, ist meines Rechtsachtens eine reine nominalistische Frage, das ist nicht so wichtig. Dieses Buch, auf das der Kurt Mayer hingewiesen hat, hat ja den Titel, den ich geschrieben habe, das Ende des Kapitalismus, wie wir ihn kennen. Und das war ganz bewusst so einschränkend aufbezahlt, weil der Kapitalismus sich ändern wird und muss sich ändern, wenn die fossilen Energieträger nicht mehr da sind, wenn sie teurer werden, wenn sie knapper werden und so weiter und so fort und wenn vieles, vieles anderes auch noch passiert, was wir absehen können, dass es passiert, dann ändert sich dieser Kapitalismus und er ändert sich durch das, was wir tun und er ändert sich durch das, was wir tun, weil wir es tun wollen, weil wir auch bestimmte Ideen damit verwirklichen, aber wir können nur eben Schritt für Schritt dies machen und eventuell wird dann auch etwas anderes daraus, Kapitalismus, wie wir noch gar nicht kennen, aber Kapitalismus, nicht, aber es kann auch ein anderes Gesellschaftssystem werden, solidarische Ökonomie oder aber Gemeingüterökonomie, wie auch immer. Also diese Offenheit, glaube ich, ist ganz wichtig zu begreifen und auch die Gestaltungsmöglichkeiten, die in dieser Offenheit angelegt sind, dann eben auch wahrnehmen und das strategisch auch vorbereiten in unseren Debatten, zum Beispiel auch auf diesem Kongress. Ein letztes Problem war die Frage der Lernprozesse. Braucht der Wandel den Crash? Wurde auch als Problem aufgeworfen. Ich hoffe nicht. Es ist klar, Lernprozesse gehen nur weiter, wenn also Lernblockaden abgeräumt werden. Und unter Umständen werden Lernblockaden, werden auch die Visionen für Alternativen wieder offener und klarer, wenn es zu so etwas wie einem Crash kommt. Aber ein Crash entwickelt auch eine eigene Dynamik und die kann also auch nach hinten losgehen, um es auf Deutsch auszudrücken. Und nach hinten losgehen würde bedeuten, dass es nach rechts umkippt. Die Gefahr ist sehr, sehr groß. Das müssen wir einfach ganz klar sehen. Wenn Menschen verunsichert sind, dann suchen sie Sicherheiten. Und diese Sicherheiten werden ihnen dann eben manchmal dann eben auch von rechten Führern, Figuren, Gestalten angeboten, versprochen. Und das wird dann eben auch unter Umständen akzeptiert. Wenn denn die fortschrittliche Linke, da meine ich jetzt so alle von Sozialdemokratie, Grüne, Linkspartei in Deutschland, also Sozialisten und so weiter, die fasse ich jetzt alle unter diesem weiten Begriff der Linken zusammen, da muss man tatsächlich aufpassen, dass diese rechte Option dann in solchen Crash-Lernprozessen dann nicht wahrgenommen wird. Die Gefahr ist sehr groß und wir müssen sie auch sehr, sehr ernst nehmen, um dagegen angehen zu können. Das ist eine absolute Notwendigkeit. Ja, vielen Dank dir, Elmer, auch für die perfekte Überleitung für das, was jetzt nach der Pause passieren wird. Magst du zwei Worte zum ESM? Es ist nur schwierig vom Thema her, also ich will die Frage überhaupt nicht abwürgen, aber... Ja, kurze Antwort ist tatsächlich schwer und das nur aus dem Stehgreif. Also ESM ist eben einer dieser Mechanismen oder dieser Maßnahmen, die in der Europäischen Union jetzt vereinbart worden sind, um so den Schutzschirm gegen die Auswirkungen der Finanzkrise auf den europäischen Währungsraum abzufedern oder abzuschirmen. Und das große Problem bei all diesen Maßnahmen vom ESFS angefangen bis hin jetzt zum ESM, der ab nächsten Jahr ja dann auch wirksam sein soll, ist, dass einfach mit Geld die Krise des Geldes behoben werden soll. Und zwar mit quantitativ mehr Geld die Krise des Geldes. Und deswegen hängt auch die Fähigkeit des ESM überhaupt wirksam nutzbar zu sein davon ab, dass er sehr groß wird. Dass also so viel Geld zur Verfügung steht, damit also die zu erwartenden Staatspleiten oder die Bankrottgefahr, dass die also aufgefangen werden kann. Wenn also davon ausgegangen werden kann, dass Griechenland 300 Milliarden kosten wird, dann muss der ESM größer als 300 Milliarden sein. Mit Geld wird die Krise des Geldes bekämpft. Und wenn Italien eine Verschuldung von 1200 oder 1300 oder sogar noch mehr aufweist und pleite zu gehen droht, dann müsste der ESM also 1500 Milliarden umfassen, um die Finanzmärkte in Anführungszeichen zu beruhigen. Denn diese Mittel dienen ja auch nur dazu, damit also die Finanzmarktakteure sprich die Banken sprich die großen spekulierenden Fonds und dergleichen mehr die großen Vermögensverwalter, damit die also nicht verunsichert werden und ihr Kapital abziehen aus dem europäischen Raum, sondern sie es schön brav da lassen. Aber dazu muss eben diese Sicherheit geboten werden, die muss sehr groß sein und das bedeutet, dass der ESM mit der drohenden Staatspleite von immer größeren Ländern auch immer größer werden müsste und daher, wenn dann der Fall eintritt, eventuell, dann eben auch die Kosten für die Steuerzahler entsprechend groß ist. Das ist also eine Logik, die irgendwie krank ist und sie zeigt, dass man eigentlich anders vorgehen müsste. Nicht jetzt Geld mit noch mehr Geld, mit immer mehr Geld bekämpfen, sondern durch neue Regeln, durch Beschränkungen, auch durch Verbote und Gebote, Verbote auch bestimmter Papiere, bestimmter Geschäfte, das wäre eine Notwendigkeit, um hier eine Wirkung zu erzielen, die also möglicherweise hoffentlich dann eben auch wirksamer ist, als der Einsatz dieser Rettungsfonds aller ESM. Applaus Applaus Vielen Dank.